Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Auch wenn der Match nicht so ausgegangen ist, wer hofft. Gefeiert hat unsere Nationalmannschaft in Spanien trotzdem. Und zwar der Geburtstag von Mittlerwil 37 Jahre junger Mario Frick. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Neben seinem Geburtstag hat es für den Mannschaftskapitän noch mehr zum Feieren gegeben. Nämlich sein 100. Länderspiel, das er letzten Monat gegen die Schweiz bestritten hat. Darum hat es neben einer grossartigen Torte auch noch eine Ehrenmedaille von UEFA gegeben. Und vom LFV-Präsident Reinhard Walzer ganz was Besonderes. Zusätzlich gibt es noch eine wunderschöne Kappe. Mario Brink und den Kapps. Ja, ich hoffe. Sollte es über eine Gunde.